Jetzt geht es los mit dem Video. Viel Spaß! Komm, lass uns loskriechen zum Eicheltreffen. Ja, komm, los geht's. Vorsicht, Stufel, Whitey, pass auf. Ja, habe ich doch schon gesehen. Land in Sicht. Juhu, endlich, ich bin so kaputt. Gleich geschafft. Ich freue mich schon so auf die Eicheln. Ich freue mich auch schon so auf die Eicheln. Das haben wir uns nach der Anbringung auch verdient. Ja, das wird jetzt aber auch Zeit. Ja, das stimmt. Ich sehe die Eicheln los. Wir sind gleich am Ziel. Ich kann es sehen. Juhu, ich freue mich. Ich kann es auch sehen. Sophie, wir sind gleich da. Hoffentlich sind wir nicht zu spät. Fast, Lagi, ich kann es sehen. Wir werden schon nicht zu spät sein. Wir sind ja sehr pünktlich losgekrochen. Schau, Sophie. Da vorne sind Whitey und Grüni. Sie sind schon da. Hallo, Sophie und Slaggy. Wie geht's? Uns geht es gut. Schön. Komm, lass uns essen. Mir knurrt schon der Magen. Jo, wir kommen, Grüni. Boah, Schmackofatz. Was für Eicheln. Ja, Sophie. Du hast recht. Das sind Riesendinge. Ich habe richtig Lust, sie zu essen. Mh, lecker. Blöhrflicht. Wie lecker. Nam, nam, nam. Mh, wie lecker. Hallo zusammen. Das war ein kleines Schnecken-Video. Da habt ihr die vier Schnecken mal kennengelernt. Der Jürgen hat mir ganz fleißig geholfen. Stimmt's, Jürgen? Ja, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Nur die Schnecken, die waren ganz schön schnell. Das stimmt. Das waren eher Rennschnecken und keine Lahmschnecken. Tja, wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Tschüss. Hat euch das Video gefallen? Dann gebt uns einen Daumen nach oben. Und lasst uns ein Abo da. Tschüss. Das war's.